Das machen wir später, aber erstmal möchte ich mal den Ogrehammer aufwerten, denn wir haben hier endlich mal einen Ogernagel bekommen. So, Waffen schmieden und zwar den Ogrehammer. Wow, der ist jetzt momentan besser als die Waffe X. Okay, aber das können wir eigentlich jetzt mit eingenommen Silber überspringen. Noch eingenommen Silber. Und jetzt brauchen wir Salamanderknochen, okay. 880. Ich würde sagen, wenn wir einen Salamanderknochen haben, werde ich erstmal damit auf. Spinnentöter, auch 880. Meine Güte, die werden ja alle ziemlich stark. Rüstung. Wir haben 4 Gnomen. Leichte Rüstung. Ja komm, machen wir das da fertig. Und geben die Tarnrüstung ein Upgrade. So. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Gut. Ansonsten ist ja eigentlich nix, oder? Nö. Werden wir jetzt zum Ritter geschlagen. Ich gehe jetzt mal zum Grafen. So. Und dann mal zum Schloss. Zale hat die Zeit verloren, zu sein Grund, um zu kämpfen. Er begann zu bemerken, sogar zu sein. Das ist das, was ich wollte. Ich werde sein. Ich werde sein. Das ist das, was ich wollte. Ich werde sein. Ich werde sein. Even Callista will be mine. It's everything I wanted. What's that? Who's singing? If I just follow the sound of the singing, I can hear it more clearly in this direction. It sounds so warm, so familiar. Why does it make me feel like this way? Is the one of the most likely to hear? Is the one of the most likely to hear? Callista is not here. Callista is not here. Ich kann es deutlich in dieser Richtung hören. Aber warum summt die irgendwo hier im Schloss? Okay, die sagen nichts mehr. Hier oben glaube ich nicht. Was hört sich so weiter hier... Im Schlosshof? Ist hier im Schlosshof? Jetzt haben wir das hier. Ich kann es deutlich in dieser Richtung hören. Ja, jetzt wird es lauter. Es kommt von unten. Es ist unter dem Schloss. Es kommt von unten. Es ist unter dem Schloss. Jetzt sind es zwei Stimmen. Jetzt... Ah, jetzt ist Kalista und jetzt ist es noch jemand anders. Die eine macht... Und die andere summt das Lied. Okay. Nicht, dass sie in Felice hier rum singen. Das glaube ich weniger. Aber wenn wir schon mal hier sind... Und dann gehen wir den rein. Count Agonant sure ist nicht kind zu seinen Prisnern, eh? Ich wundere, was diese Restrainten aus sind. Cool. Ich mach mal nochmal. Ich mach mal nochmal. Ah. Wo ist... Jetzt sind die Gorx Leute hier dran. Wo ist Jewal? Hallo Owe. Ich will wissen, wo Jewall ist. Finde ich den hier auf Anhieb? Okay. Jewall. Du redest nicht. Ich habe keinen Bock zu lesen. Weißt du das? Nee. Soran. Nee, nicht Soran, sondern Soran. Gut, dann gehen wir kurz nach oben. Irgendwo muss er ja sein. Mal gucken, was er sagt. Wir dürfen nur Gefängniswerter durch. Dann ist er irgendwo eingebuchtet, wo wir nicht hin können. Ach, das ist unfair. Warum ist niemand? Nö. Ja, gut. Ja, gut. Doch da ist jemand. Was ist das für das Ding in der Mitte? Ja. Das würde ich auch zu gerne wissen. Ja gut, wenn es nicht hierher kommt, dann kann es nur aus dem Schlossgewerbe kommen. Äh, Schlussgewerbe. Ja, 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 ja. Jetzt ist es besser. Vielleicht hier, Assidentenbereich. Nee. Andere Richtung. Hier wirds lauter. Vielleicht hier hinter der Tür. Okay. Ich bin gespannt. Und? Es klingt, wie es kommt von vorne. Es wird jetzt viel lauter. Ich muss den richtigen Weg gehen. Wenn ich mich erinnere, diese Kaffee sollte vorne sein. Calista! Und das sieht aus, dass es das Fremde ist. Okay, müssen wir wohl mal nachprüfen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es kommt von der Mitte. Es scheint, die Vögel kommt von da. Und da ist es. Das ist mein Kastel, du schraubst. Ein weiterer muss machen. Es ist ein Kastel. Es geht weiter. Es geht weiter, Calista. Es geht weiter, Calista. ich bin gespannt wir haben sie so schnell weggeräumt hinterfragen wir das mal lieber nicht überprüfen wir lieber das aber was passiert jetzt? das medall des Generales ist die Schlüssel ich habe noch nie gesehen wie das schon was passiert? Okay, Serious ist jetzt auch von hier. Das fand ich jetzt auch sehr gerade komisch. Er sagt Serious und ein paar Sekunden später kam erst der Name. Hätten sie auch weglassen können. Gut, dann gehen wir mal reins ins Licht. Was ist das? Okay, jetzt sind wir im Ort dem Mysterien. So, jetzt mal Spider-Man. Mysterio, bist du hier? Spiel wurde gespeichert. Was? Hä? Wo? Äh, durch den vierte Kampf, du kriegst hier noch verlangt. Okay, komm her. Fasseln plus. Und komm, und Fasseln max. Und da können wir ihn jetzt erledigen, wenn wir dran kommen. Oh, Friedhausen 300. Wow. Und direkt Level 25. Es war nichts wie dieser auf dem Weg zum Raum der Ascendingz. Sie haben nur gewonnen, dass etwas da unten muss. Es muss sich da unten sein. Ja, es ist etwas unten, okay? Okay, das sah komisch aus. Haltet sich an, dass die Zeit zurückgedreht wurde für diese Mauer. Aber ich denke mal, dass wir noch nicht die einzigen stellen. Ich glaube, irgendwo hier muss noch was sein. Wir gehen einfach weiter nach unten. Da ist was kaputt. So, da kommt mal einer her. Wir sehen nichts. Aber okay. Solange ich was treffen kann. So, warten. Äh, dann geht's mal put. Stark sind sie ja nicht. Ist nur nervig schnell. What the hell? 5 Level. Neue Technik. Leuchten. Nicht Magie Level 2. Leuchten. Offensiv Magie. Aufwebeln erzeugt einen Deflektor-Effekt. Durch den die Abwehrgruppe stark erhöht wird. Die Tür, die wir unter dem Kastel öffnen. Okay. Ich denke, es könnte zu deinem Argen- und Blutkallister reagieren. Das Kastel des Argen- und Blutkallister. Und mein Blutkallister. Ein älteres Kastel, die durch den Argen- und Blutkallister geöffnet wird. Und es ist unten. Ich glaube, wir sind jetzt gleich unten, oder? Ja, da sehe ich schon ein Tor. Ist es ein Tod? Es muss noch etwas sein. Exakt. Mal schauen. Sie sind hier! Wieder? Es ist noch etwas mehr, diese Zeit. Ich bin umgekehrt. Bleib dicht, Kalister. Komm. Mach doch was kaputt. Unser Ried ist der Letzte. Ähm, Moment. Ähm, Kraftschlag. Leuchten einmal kurz. Hier geht's! So. Oh, was war das denn jetzt? Klasse. Zack. Was, da sind ja noch mehr. Äh, Kalister, was soll das? Nicht werden. Die sind verdammt stark. Wir halten dafür dementsprechend weniger aus. So, einmal kurz Barriere. Beziehungsweise Reflektor. Wir sehen nichts! Hier ist ein... Ah! Äh, Moment, Moment, Moment. Kraftschlag. Heilig. Und fortsetzen. So. Ich bin jetzt mal in Ruhe. Also kann ich sie nicht angreifen. Ich bin jetzt noch heilig. So. So. Und jetzt. Komm mal her. Na komm. Geh kaputt. Hol, der kriegt den jetzt. Was auch immer du gemacht hast, Sirius. Ich bin beeindruckt. Oh. Ich darf doch nicht wahr sein. Oh. Oh. Ich kann sie aufheben. Ich lasse ihr hier. Ich bin nicht beantwortet. Ich bin ein neuer 30. Komm mal her. Alter, ich sehe nichts. Hilfe! Ja, aber treib mal! Krasser Scheiß! Wieso kann ich ihn nicht treffen? Verstehe ich die Verteiligung? Oh! So! Das Problem ist, wenn ich in die Ecke gedrängt werde, ist es scheiße! Level ab, Level ab! So, ein bisschen... ...Lokalister leveln! So! Was? Wieso? War das wirklich dran? Hier oben, die? Oh komm! Die gehen ja gleich da rein! Ah, die kommen! Jetzt gehen wir! Und schnell! Schnell durch die Pforte! Öffnen! Lister, wir müssen gehen! Oh! Gefänglich! Geh! 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 Geh!